Hey! Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte heute mal ein Video machen mit verschiedenen Steinen, die ich so hier und euch die zeigen und dann ein bisschen was aus diesem Buch hier vorlesen. Einsteine, 430 Steine von A-Z von Michael Gienger oder so. Gut, gut, gut. Ich hatte in einem meiner letzten Videos, ich glaube es war das mit den weißen Triggern, da hatte ich schon mal diesen Bergkristall hier mit drin und da hatte ich mal kurz was hier draus vorgelesen und jetzt habe ich mir heute noch ein paar andere Steine hingelegt und ja, da gucken wir gleich mal rein. Dann nehmen wir den doch auch noch mal zuerst, das ist ein Bergkristall, Bergkristall, Bergkristall. Sieht man das? Nein? Ich trink nochmal kurz rein. Hier ist es total warm heute und es ist zwar draußen kühler geworden, aber hier drin ist es immer noch ziemlich warm. Da sieht man auch hier diese Spätze, wie das Licht sich da drin bricht. Schauen wir mal rein. Hier ein Bergkristallnadelquarz, den hatten wir beim letzten Mal. Also so richtig fokussiert ist es nicht. Naja, aber ich lese es euch ja sowieso vor. Aber das Bildchen daneben, das konntet ihr sehen hier. Hier stehen immer nur so Stichpunkte. Also nadelige, langprismatische Kristalle, Indikationen, Fluss und Ausrichtung bringt innere Bilder, Erinnerungen und Gefühle in Bewegung. Motiviert zu geistigem Fortschritt und Erfolg, stärkt die Nerven, reguliert und lenkt Energieflüsse im Körper und hilft Narben zu entstören. Dann habe ich auch noch hier so einen, das ist ein, auch ein Bergkristall, der ist so ganz klar, der ist ganz klar. Das ist dann wohl der hier, da steht einfach nur Bergkristall. Bergkristall, Bergkristall, Bergkristall. Und hier steht klarer Kristallquarz, Indikationen, Klarheit und Neutralität stärkt den eigenen Standpunkt, verbessert die Erinnerung und die Wahrnehmung, macht bewusst und bringt Klarheit im Denken. Bergkristall fördert den Energiefluss, die Nerven, Gehirn, Drüsen und lindert Schmerzen und Schwellungen. Ich glaube, wir machen weiter mit dem Tiger-Auge. Und hier ist jetzt, wenn wir hier genau, die Nervene sind. Und hier sind wir hier in den Ölgeren. So sieht man das. Das ist jetzt einfach nur sehr dunkel vor der Kamera. Es hat hier solche schimmernden Streifen, so braun, schimmernde Streifen. Jetzt sieht man es besser. So sieht man es, wie sich die Streifen im Licht so mehr oder weniger abwechseln. Rein theoretisch hätte ich das jetzt auch alphabetisch geordnet machen können, aber ja. Tiger-Eisen, Tiger-Auge, gelb-brauner, faseriger Quarz, Indikationen, Durchblick und Distanz, hilft bei Stress, Belastung und von außen einstürmenden Stimmungen. Schärft die Sinne und hilft, den Durchblick zu wahren, wenn vieles sehr schnell geschieht. Reguliert die Nebennieren und lindert. Lasst mal anfangen. Hier ist er nochmal. Wie macht man es so? So sieht man es gut. Schöner Stein. So dunkelbraun. Dann haben wir hier, das ist eine Kette dran. Ein Bernstein. Ein Herz aus Bernstein. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hier Bernstein, fossiles Harz und hier steht Indikationen, Sorglosigkeit, Verfröhlichkeit und Vertrauen. Gefühlt fehlt da was oder ihr stellt einfach nur für Fröhlichkeit und Vertrauen. Stärkt den Glauben an sich selbst, gut für Magen, Milz, Galle, Leber, Gelenke, Haut, Schleimhäute, Drüsen und Darm. Und da erleichtert Kindern das Zahnen und hilft bei Allergien, Rheuma und Diabetes. Und hier habe ich noch ein hellfliederlieder, helllila, fliederfarbenen Amethyst. So sieht er dann von der Rückseite aus. Hier sieht man richtig die einzelnen Schichten hier. Bisschen unscharf heute. Ja. Die kleinen, vielen Nadeln spiegeln das Licht. Schauen wir mal. Violetter, Violetter, Kristall, Quarz, Indikationen, Friede, Spiritualität, Klärung, Meditation, für Intuition, gute, klare Träume, verbessert unruhigen Schlagen und fördert die bewusste Wahrnehmung und das Verarbeiten von Erfahrungen. Gut bei Kopfschmerzen und für Lunge, Haut und Nerven. Hier gibt es noch Amethyst, Tintik, aber das ist sehr dunkler. Und hier oben gibt es noch Amethyst, Dunkel. Die drei gibt es hier. Hier gibt es den hell, dunkel und tintig. Aber ich würde sagen, aber ich würde sagen, der ist eher hell. Sieht man jetzt nicht so richtig, aber der ist eher hell. Dann haben wir hier noch den Rosenquarz. Hier sind wir hier. Okay. Hier steht Rosenquarz, rosafarbener Quarz, Indikationen, Empfindsamkeit, Einfühlungsvermögen und hilft bei sexuellen Schwierigkeiten, verdeutlicht eigene Bedürfnisse und Wünsche anderer, harmonisiert den Herzrhythmus und fördert Geschlechtsorgane und Fruchtbarkeit. Okay, ich kenne das noch ein bisschen anders. Hier gibt es weiter auf der nächsten Seite noch einen Sternrosenquarz. Jetzt fängt es hier gerade richtig an zu schütten draußen. Hier gibt es noch einen Sternrosenquarz. Rosenquarz mit Lichtstern durch Rotil. Ich weiß nicht, ob ich hier sowas mit drin habe. Vielleicht sind ja irgendwo Steinkenner unter euch. Aber ihr seht das, glaube ich, auch nicht so richtig über die Kamera, oder? Vielleicht sind ja irgendwelche Kenner unter euch, die das sagen können. Aber so seht ihr natürlich jetzt auch nicht so furchtbar viel. Aber ich lese euch das auch mal vor. Den Rosenquarz mit diesem Rotil, weil ich finde, dass die Beschreibung ehrlich gesagt besser zum Rosenquarz passt. Oder was heißt besser? Hier steht Indikationen mit Gefühl, bringt Aufgeschlossenheit, Hilfsbereitschaft, Liebesfähigkeit, Liebesfähigkeit und Romantik. Und fördert harmonisches Zusammenleben, hilft bei Erkrankungen des Herzens, des Blutes und der Geschlechtsorgane und verfeinert die Sinneswahrnehmung. Hört ihr den Regen? Hört ihr den Regen? Zumachen, ich bin gerade wieder da. Okay, hier bin ich wieder. Es regnet es mit dem Licht da rein. Weil einen Stein habe ich noch. Beziehungsweise sind das zwei kleine Malarite. Malarite, ich weiß nicht. Einer heißt jedenfalls Malarite. Ja, schön die Kamera, wo ihr siehst. Hier. Ja, so ein schönes Muster. Ja, so sieht die andere Seite aus. Ich glaube, das bringt gar nichts mit der Hand, ne? Irgendwann hier heute. Ein bisschen vielleicht. Das ist der erste. Und das hier ist der andere. Okay. Okay. Und das hier ist der andere. Okay. Oh, der ist auch schön. Oh, nix. Der ist richtig schön. Das klingt fast wie ein Gewitter. Aber. Ja. Das klingt fast nach Gewitter. Das klingt fast nach Gewitter. Das ist der andere. Malarite. Malarit Basisches Kupferkarbonat Indikationen Abenteuer und intensives Leben Vertieft das Gefühlsleben Fördert Vorstellungs- und Entschlusskraft Und hilft bei Rheuma, Krämpfen und Menstruationsbeschwerden Schau mal, das ist ein Zebra-Marmor Oder was? Doch, Zebra-Marmor tatsächlich Hab ich auch noch nie gesehen Aber sieht schön aus Hier sind so unfassbar viele schöne Steine drin Das waren erstmal alle Steine Die ich mir heute hingelegt hab Okay Hört ihr das? Ja, ich hoffe, euch hat das Video über die Steine gefallen Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen Dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag Oder wochenabend Oder auch eine richtig schöne Nacht Die nartee Bis demnächst Ich bin jetzt Bis demnächst Bis demnächst Bis demnächst Vielen Dank.